Und damit herzlich willkommen zum nächsten Parts Let's Play Golden Star 3 Die Dunkle Dämmerung Part 102 und mittlerweile auch der dritte Part, wo wir uns mit diesem letzten Monsterviech zusammenschlagen müssen. Ja, meine Lieben, der Endkampf. Mittlerweile, wie gesagt, der dritte Part, womit wir uns beschäftigen. Ich hoffe, wir sind bald fertig. Das ist jetzt schon die zweite Truppe, die hier antritt. Wäre schon scheiße, wenn die jetzt verliert. Aber das glaube ich nicht. Wir sind schneller als er. Aber vielleicht soll ich doch noch auf Nummer sicher gehen, wer weiß. Jetzt, bla bla bla. Damit ich deinen Konter im Griff. Was mache ich denn am besten mal? Wollen wir das machen? Machen wir das halt. Riev ist leider, ihr seht, verflucht. Und du hast leider so gut gegangen. Jetzt greift dich nicht mit täuschen und Nebel an. Ich wäre dafür. Machst du das Laumes? Machst du das Laumes? Machst du das Laumes? Ach, du hast leider nur... Ah, du kannst nur einen immer, ne? Okay, das ist ja doof. Ja, du kannst jetzt mehr... Dann lieber... Sveta, wie viel brauchst du? Ach komm. Oder was ist mit mir? Ich mach's auf mich. Eigensinniger. So, Groll. 24, Blüte. Erstmal ein paar KP zurück. Aber stimmt ja auch, da kommen ja noch welche dazu. Ich hab die letzte Runde vergessen. Also den letzten Part, wo ich schon die Runde angefangen hab. So, du bist auf jeden Fall voll. So. Schattenstoß. Oh oh. Na, noch leben alle. Noch leben sie alle. Gut, dass wir auf Verteidigung gesetzt haben. Oh, Sveta. Oh, Hypernova. Aua. Das ist, glaub ich, sein stärkster Angriff. Oh oh. Jetzt geht's aufs Ganze. Scheiße. Oh Gott. Die Rief ist tot. Elio hat noch 9 KP. Jetzt wird's ernst. Ich hoffe, die Geschwindigkeit ist noch oben. Die Geschwindigkeit ist noch 5 Minuten. Das ist wieder normal. Ja, geil. Scheiße. Rief ist der Schnellste von uns. Und der ist tot. Verdammt. Jetzt ist es scheiße. Jetzt ist es echt scheiße. Genau jetzt musste das sein, ne? Ah. Verdammt. Was mach ich denn jetzt? Jetzt wird's plötzlich einfach mal eben so eng. So. Ich setze auf meinen KP Heilungsstand. Eoleo. Der hat noch so viele Djinn, um welche wiederzubeleben. Was kannst du denn machen? Duft die Papier wieder her. Besser als nichts. So. Ähm. Bebt und brennt sich ein Freund, wenn nötig. Und das mach ich auch. Ich hoffe, das funktioniert. Komm schon, Schattenschild. Er ist schneller. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte. Sei jetzt schneller. Okay, sei jetzt schneller. Okay, Brise. Schutzauer. Bitte sei jetzt schneller als er. Okay, Segnung. Komm, komm, komm. Ja. 600 hoch. Licht. Und komm bitte wieder zum... Ja, er ist wieder da. Dunkle Seele. Und jetzt hat Rehfino nur 5. Nein, 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 nein. Einer ist auf jeden Fall tot. Die Erf ist wieder tot. Und Zweiter auch. Ja, geil. Und ausgerechnet die beiden sind jetzt tot, ne? Verdammt, jetzt wird's echt eng. Jetzt wird's echt, echt eng. So, äh, Heldverteidigung der Gruppe. Ich setze auf Synergie. Und zwar... Auf Phoenix. Rehf geht mir zu schnell K.O. So. Oh, Mensch, 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 Mensch. Nimm's. Okay, komm, mach das. Es wird jetzt echt ernst. So. Du bist jetzt wieder da, wiederbelebt und voll. Piperoni. So. Dunkle Seele. Oh, das tut weh, das tut weh. Und Zweiter macht's nicht mehr lange. Hypernova. Scheiße. Oh, Gott. Leute, wir stecken in der Klemme. Wir stecken jetzt richtig tief in der Tinte. Aber ich muss gleich zum Angriff kommen. Verdammte Scheiße. Das sah doch so einfach aus. Aber es hat sich plötzlich mitten in einem Zug, als sich das Blatt einfach geändert. Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Was kannst du noch für Synergie? Kannst du noch irgendwas, was uns hilft? In diesem Sinne nicht. Fuck. Warum bist du jetzt schneller? Toll, jetzt bin ich bewegungsunfähig. Dankeschön. Psychgranate. Jetzt ist es echt ernst. Gin Stoß. Toll. Alle weg. Jetzt wird's echt ernst. Jetzt wird's so erst im Ernst. Halt dich erstmal selber. Ich muss mit dir auf Synergie drauf losgehen. Und zwar mit dem Stärksten Hass. In den Blutstreu. Wenn du dazu kommst. Nein, er ist tot. Das war's vielleicht, Freunde. Das war's vielleicht wirklich. Oh Gott. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt? Schattenstoß. Was mache ich da jetzt? Jetzt habe ich ein riesiges Problem. Ein riesiges Problem. Ich bin der Einzige, die noch überlebt. Die überlebt hat. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass der Rest wieder zu Beinen kommt. Und... Komm her. Komm, 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 komm. Überleb das, überleb das, überleb das. Überlebungsunfähig. Ich bring dich um. Lieber Novo, das könnte es jetzt gewesen sein. Und? 74. 74 bleiben übrig. Leute, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Fuck off. Dunkle Seele. Tot. Das war's. Das Blubbastien wurde besiegt. Und nun stehen wir hier. Reise stets mit Wasser im Blick und starkem Herzen. Warte mal. Okay, wir wurden jetzt vollständig geheilt, aber... Müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal von vorne machen? Okay, wir sind hier. Okay. Müssen wir jetzt alles nochmal von vorne machen, oder wie sehe ich das? Na toll. Wir haben es tatsächlich geschafft, Freunde. Wir haben es tatsächlich geschafft. So ein Arschloch. Das sah doch so einfach aus. Und dann nutzt er die Chance und greift uns alle an. Geschwindigkeit unten. Als er dann mit seiner stärksten Attacke angreif. Scheiße. Dann ist es mal die Chance, ein bisschen rumzulaufen. Damit die Jins wieder zurückkommen. Ach ja, warte mal. Ich brauche eine neue Taktik auf jeden Fall. Ich muss die Jins neu verteilen. Und zwar richtig verteilen. Und auch sinnvoll die Teams stapeln. Ganz wichtig. Gleich zu Anfang. Drei Venus-Gin. Ne, nicht drei Venus. Drei Jupiter-Gin und drei Merkur-Gin auf Abruf. Es ist mir noch nie passiert, dass ich gegen den verloren habe. Das ist der Vorführeffekt. Ich habe noch nie gegen den verloren. Und ich bin immer auf diesem Level geblieben. Das lief einfach scheiße. Wegen diesem einen kleinen Moment. Und jetzt die Bildschirme auch noch scheiße. So. Besser. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nochmal beide Kämpfe wiederholen. Was ich vermute. Ach, sind jetzt alle wieder da? Ja. Okay. So, Freunde. Setzen wir uns jetzt mal hin. Und gucken mal, wie es am besten mit der Gin-Verteilung ausgeht gleich. Sobald ich die Teams gemacht habe. Rieff und Chiara. Auf jeden Fall in verschiedenen Teams. Die haben doch eigentlich mehr Kp. Die haben ja sauviele Kp alle zusammen. Warum war dann so wenig da beim Maximum? Rieff hatte eigentlich 678. Am Ende hatte er ein Maximum von 400 oder 300. Warum konnte er nicht mehr haben? Das verstehe ich gerade nicht. Oder war Lark's am Gegner. Also ich finde die Teams so eigentlich ganz gut. Das macht er super, Jungs. Jaja, jetzt hört mal auf. Ich glaube, ich lasse die mal so. Jetzt müssen noch die Djinns gerecht verteilt werden. So. Ich habe jetzt zwei. Also erstmal erhöht Verteilung der Gruppe. erhöht Verteilung der Gruppe. Das muss ich auf jeden Fall ändern. Was hast du hier so? Ach, du hast ja auch einen. Okay. Wenn du einen hast, na gut. Oder habe ich drei vielleicht? Ne. So. Gerecht verteilen. Ich muss mich jetzt mal auseinander setzen. Also ich kümmere mich jetzt um diesen Part darum. Ich möchte den Part nämlich beenden, die ganze Aufnahmesession beenden. Setze ich schon die ganze Zeit in diesen Kämpfen dran und das war umsonst. Geil. Er hat Geschwindigkeit. Das war in den Geschwindigkeiten mal ganz gut verteilt. Dann das hat Sweta. Das ist definitiv nötig, dass es überall da ist. So. Ja, okay. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Senktgegnerische Geschwindigkeit. Auch gut. Was ist denn hier? Ich gucke gerade mal. Geschwindigkeiten, ob die noch irgendwie beeinträchtigt werden. Senktgegnerische. Das könnte eventuell zu viel sein. Dann tausche ich einfach mal aus bei dir. Heilendes Wasser. Angriff mit starkem Wasserstrahl. Erhöhung Geschwindigkeit. Ich habe inhaltliche Status von mir. Gelebt. Tausche ich mal aus. So. Dann werde ich gleich jetzt anfangen. Drei auf Abruf setzen. Jetzt gucke ich gerade mal welchen. Äh. Okay. Erstmal. Hoppla. Jetzt habe ich mich verzipbt. Abruf. Auch Abruf. Und du auch. So. Was haben wir denn hier? Durchschlussung der Geschwindigkeit. Ganz wichtig. So, du stellst PP der Gruppe wieder her. Auf Abruf. Auf Abruf. Auf Abruf. So. Senkt. Das brauchen wir noch. Äh. Belebt. Das ist alles wichtig. Okay. Das kann erstmal weg. Äh. Äh. Senkt. Gegnerischen. Erhöht für die erste Gruppe. Okay. Das kann weg. Gelebt. Das brauchen wir. Ja. Das brauchen wir jetzt eigentlich. Auch wenn wir mal auf Quetzlar Quartal setzen. Dann können wir einen der hier weglegen. Die Güte des Meeres schenkt. Ein Kaffee. Haltenswasser spenden. Die Gruppe Kaffee. Okay. Damit sind immer hier jeweils drei Merkulchen und drei Jupiterchen auf Abruf. Für Quetzlar Quartal. Denn wir wissen. Den brauchen wir dringend. Und ich gehe jetzt schon einfach schon mal so weit hin. Und ich hoffe. Wir schaffen das nächstes Mal. So. Ja. Dankeschön. Das Wetter. So. Beeilung. So. Dann sind wir hier meine Lieben. Von der Zeit her muss ich sagen. Wir gehen gleich nach oben. Und ich hoffe. Das müssen wir nicht alles nochmal wiederholen. Das wäre sonst ziemlich scheiße. Ich vermute es aber. Jedenfalls sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Und versuchen unseren Rückkampf. Ähm. Ja. Erfolgreich zu halten. Dann meine Lieben. Auch wenn der Part auch eine Minute geben könnte. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Und machen unseren Rückkampf. Und ich hoffe wir können ihn gewinnen. Also auch da. Das wird ein paar Parts mehr dauern. Ihr wisst es bereits. Und dann meine Lieben Freunde. Bis dann. Und auf Wiedersehen.